Aida, du hast dir mit dem Vize gemeinsame Musical angeschaut. Bei ihm im Blüge... Ich schick mich da mit deinem Namen. Ah, ich dachte, bei ihm im Palast, ich selber... Ah, ich dachte, bei ihm im Palast, ich selber eher aufgeführt von den 8. Wörtern. Ich will sagen, es hieß irgendwie Vize mein Leben oder sowas in die Richtung. Okay. So ihr Lieben, der Abend ernährt sich bedauerlicherweise verdächtig dem Ende und der letzte Teilnehmer weiß auch schon, was ihn erwartet. Und ihr wisst auch, was zu tun ist. Klatsch für bald 80! Ich habe noch einen Text. Ich habe noch einen Text. Ich habe noch einen Text. Ich habe einen ganz persönlichen Schwierigkeitsgrad. Weil ich dafür immer wieder ein Wort brauche, das ich aus Gründen der Kommunikationshygiene für gewöhnlich nicht verwende. Und ich brauche das Wort schon beim Titel. Der Titel meines Textes soll ursprünglich Analogie heißen. Aber wenn man die beiden L in der Mitte des Wortes Analogie so schlecht hört, weil es halt auch nicht verstehen kann, heißt mein Text, was er ist, dann... Es gibt sie in allen erdenklichen Formen. Und bei Liebhabern gibt es zwar Präferenzen, aber keine Normen. Sie haben Charakter in eines Wesen, die einen erscheinen gewöhnlich, andere voll in gewünscht ausgewiesen. Es gibt mittlere, kleine und große. Manche verschwinden gänzlich innen, andere bellen förmlich aus ihrer Hose. Man kann sie heimlich betrachten. Es ist recht geschickt, weil ihr Besitzer aus anatomischen Gründen meist in die andere Richtung geht. Es gibt sie in Laschungen, knackig, rund und flach. Manch einen sähe man gerne mal nackig. Denn es gibt sie in atemberaubender Pracht. Und es scheint so, als würde den einen der liebe Gott und den anderen wegdämmen lassen. Angeblich gibt es auch welche mit Ohr. Doch dies ist nur ein Prädikat, das es gilt, sich durch anal strukturiertes Verhalten zu erwerben. Denn die Lauscher sind vergewöhnlich, am Kopf zu finden, das ist doch so angekommen. Der Selbstschutz des Menschen sieht vor, bei Gefahr, den eigenen Hintern zu retten. Doch es gibt Situationen, da erweist sich dein Wertespaar ritterlich. Er dreht den Spieß einfach um und rettet zu abwechselnd auch mal dich. Wann immer ein Mensch zu Boden geht, es passiert zuweilen, wenn man aufrecht läuft und steht, dann gilt es beim Fallern weder auf die Schnauze, außer es geht, hart oder schmerzhaft aufzuteilen. Wenn es denn noch passiert, und die Gravitation fordert gnadenlos ihr physikalisches Recht, dann landet man auf dem eigenen Hintern nicht einmal schlüpft. Wenn Männer innenstädte durchwandern, als Kreditkarten tragende Einkaufsbegleitung, von einer Boutique zur anderen, dann schaut man keine Schaufetzte ausladen. Schon schlimm genug, dass uns Frauen so planen. Nein, als Belohnung für die Leiden. Bei diesem modekonsumorientierten Einkaufsmarsch schaut das Menschenmännchen dabei gerne nach dem nächstschönsten Frauenmarsch. Wenn er denkt, sein Weichen wird's nicht mehr merken und wäre abgelenkt, dann lernt der heimlich-lüsterne tobe Spanner ein ums andere Mal so ein fremder Frauen. hat nicht nur Erotisches, sondern auch Stresspotenzial. Bist du frei, bist du frei von jeder Eiligkeit, deine Karriere binden und dein Weg noch weit, dann ist der Arsch eine echte Aufstiegsoption. Nicht der Eilung, aber wer deines Bosses schaut. Es ist gar nicht schwierig, in einem Intern zu kriechen. Einfach Nase zuhalten, das ist wegen dem Riechen und dann ab in die weichen Gederne. Man kennt das vom Stallbist. Was ordentlich dampft und stinkt, gibt doch Wärme. Oder ist es falsch anzunehmen, wie man den hinteren Verdauungstrakt eines Vorgesetzten trifft, werden alle durch dasselbe ein Loch reingeflutscht. Es gibt nämlich auch welche, die der Chef gefressen hat und die kommen dann von oben gerutscht. Der Hintern ist ein wahres Multitalent. Man sollte seine Macht nie unterschätzen, auch wenn man ihn auch so gut kennt. Der runde, funktionale Hosenbefüller ist nicht nur erotisch, ein echter Kno. Er polstert, bewegt, er verleiht die Kontur, er verhilft zum aufrechten Gang. Er ist eine mächtige Muskulatur. Es gibt nichts, das er nicht aussitzen kann. Ersche sind ziemlich stur. Bei Flateurens entlastet er eine Gederne mit Heroin behaftet auch der Pflege und Wärme. Er hat es nicht einfach. Oft will er verkannt und manch einer rücklos zum Arscherland. Das fehlt manchmal der Kindersatz. Da Menschen und Zeit nötig gerne in die gleiche Richtung gehen, ist es so, dass wir uns selten in die Augen, aber umso häufiger auf den Hintern sehen. Dynamisch bewegt und lecker verpackt sind sie oftmals noch schöner als später. Ich mag die, die selbstbewusst im Raum stehen, die sich fröhlich zeigen und die ein wenig hüpfen, bei mir gehen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, aber es geht hinterher, wir haben mehr Persönlichkeit als ein Gesicht. Egal ob er nur fantastisch aussieht oder ein sexuelles Verlangen beschwört, im Wagen vor dir sitzt und richtig scheiße autentiert oder ob er dich schamlos, betrübt und verlässlich wahlzügig spült. Ein Arsch, der was auf sich hält, der rückt sich immer wieder in den Mittelpunkt deiner Welt. Deine Stunde. Applaus 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 Applaus